Johannes, das Essen ist angerichtet. So, willkommen bei Manuels Kochshow. Heute gibt es frische Ventile mit Tellern und Keilen und dazu Spiralfedern. Findet ihr das nicht geil? Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Heute kümmern wir uns um Johannes, das ist der Kameramann, das Kamerakind, sein Bike, der steht da. Und ja, klar, Rahmen, lange Schwinge, das alles gemacht, aber für den Motor hat die Knete noch nicht gelangt. Und dieses Song ist rum, jetzt ist Winter, jetzt ist Zeit zum Schrauben und jetzt machen wir seinen Motor. Anfangen, also die Kurbelwelle ist schon gemacht, Leute sind drin, alles frisch gelachert. Anfangen tun wir jetzt mit den Köpfen, dass wir die zusammenbauen, die bearbeitet werden. Und dann zeigen wir uns im nächsten Teil, zeigen wir uns im nächsten Teil, zeigen wir euch im nächsten Teil die Zylinder, die wir verbauen. Jo, jetzt fangen wir an. Das Essen ist angerichtet. Ihr seht, alle Teile sind da. Ich habe jetzt die Ventile leicht eingeölt und reingesteckt. Wichtig ist, dass man das Auslassventil auf die Auslassseite macht und das Einlassventil auf die Einlassseite. Das geht auch andersrum, ne? Du brauchst nicht zu lachen. Ich wäre wahrscheinlich nicht der Erste, dem das passiert. Jo, dann basteln wir mal schnell die Köpfe zusammen. Ich habe mir da einen Arbeitsplatz gemacht, habe meiner Mutter schnell die Tischdecke geklaut. Jo, sieht man, ne? Warum macht man das? Also erstmal haben wir das gemacht, weil ein Johannesser Motor unheimlich viele Kilometer gehabt hat. Ja, das stimmt, ne? Das hat er auf jeden Fall gehabt. Deshalb haben wir die Köpfe überholt. Wenn wir so Köpfe überholen, dann sehen wir oft... Jetzt war das so kurz, du musst da draufschneiden, die Luft. Dann sehen wir oft sowas. Also das da war ein Johannesser Ausgangsbasis. 800er Zylinderkopf. Ui, ich hatte auch bessere Zeiten schon gesehen. Der Einlass, den vergleichen wir mal. Es ist nur marginal, die Veränderung. Auch wenn man da reinschaut. Leider Gottes spült ich das nicht, aber da drin ist es richtig rau. Da reibt er auf, ne? Und der Auslass hat sich genauso verändert. Ja, irre, oder? Ja, aber was bringt das jetzt? Warum kauft man nicht einfach nur 1.070 und schmeißt die drauf? Warum macht man das zusammen? Weil man den Dreisatz in der vierten Klasse durchnimmt. Dann nimmst du 1000cc ist keine 60 PS, sondern 57 PS. Und 1.070 ergibt dann 60 PS. Sowas, ne? Das Problem ist, die Zylinder sind ein Plug & Play. Das haben wir hier nicht. Der Kolben ist ziemlich groß. Und hier ist die Quetschkante nachgearbeitet. Aber wir waren jetzt bei den Vorteilen und bei den Nachteilen von gemachten Köpfen. Nachteile? Da fallen mir gerade keiner ein. Liquiditätseng was. Ja, genau. Scheiße. Vorteil? Strömungsgünstig. Was heißt strömungsgünstig? Dahin ist das rauer weggenommen. Es ist groß. Es geht mehr rein. Es sind größere Ventile. Große Ventilsitze. Bearbeitete Kanten hier. Also das ist schon brutal. Und ihr wisst alle, wenn ihr den Einkaufswagen vollpackt und schiebt, ne? Dass er sich leer besser schiebt. Und so ist es da. Wenn wenig Widerstand ist, kommt die Scheiße besser rein. Ergo, mehr Leistung. Und weil wir nichts mehr gewusst haben, was oben und unten ist, haben wir einfach ein zweites Kerzenloch rein gemacht. Dann kann man es hinbauen, wie man will. So. Entspanne dich. Entspanne dich. Entspanne dich. Langsam. Das ist mein Sponsor. Ähm. Okay. Warum ist das Einlassventil... Warum ist das Einlassventil viel größer als das Auslassventil? Damit Überdruck entsteht? Ne. Weil wir verbrennen nachher nichts mehr viel übrig ist. Ja schon, oder? Klar. Überdruck. Ist das nicht so? Ne. Der Abgas strömt ja viel schneller raus und ist ja heiß. Und du brauchst beim Einlass das Material. Du brauchst Erfüllung, genau. Also ich will grundsätzlich mal ans Motortuning noch mal rangehen. Motortuning ist eine Geldsache. Ganz einfach. Und die Phase 1 von so einem Motortuning ist für mich persönlich mein Motor von der Weißen. Da hat man einfach original Kolben, original Bleuel, original Zylinder, original Zylinderköpfe. Die Zylinderköpfe haben wir bearbeitet wie hier. Das ist der große Einlass von der 70 PS Maschine. Wir haben bei mir noch sogar die originalen Ventile drin. Auslass ist bearbeitet. Ventile symboliert. Pleuel sind erleichtert, aber nur weil sie so unterschiedlich schwer waren. Kurbelwelle ist erleichtert. Kolben sind gewogen, dass beide gleich sind und ein bisschen innen drin ausgearbeitet. Die Verdichtung ist leicht erhöht. Wir sind auf 67 PS gekommen. Wenn man jetzt da aufmerksam zugehört hat, merkt man, dass ich da fast nichts gekauft habe. Bankstöße habe ich gekauft. Die hätte ich jetzt beinahe vergessen. Aber sonst habe ich eigentlich ganz wenig Geld reingesteckt. Ich habe das mit Zeit geopfert. Mehrere Sonntage bis ich soweit war. Und die Ausgangsmessung war 56 PS. Und da bin ich jetzt mit 67 PS mit 1000 Kubik völlig zufrieden. Vorher auch 1000? Ja, ich habe ja gleich einen Zylinder gehabt. Hier bewegen wir uns zum zweiten Bereich. Wir machen das aber nur ... Ich hätte im Johannes dann 1000er drauf gebaut. Aber wir waren bei 800 Kubik Ausgangsbasis. Jetzt können wir den Weg gehen und den 7 Rock Power Kit kaufen. Dann sind wir auf 1000 Kubik. Das sind dann schon die leichten Kolben, wie sie die RS-Version gehabt hat. Also mit dem kurzen Kolben-Bolzen. Der ist das, was am schwersten ist. Ist gut. Kostet ... Ich sage jetzt mal einfach, wir weiß nicht, wann wir das Video anschauen. Oder was um die 1000 Euro. Die haben wir jetzt als Gutschrift. Hört sich blöd an. Aber ich nehme jetzt die 1000 Euro, was mir der Zylindersatz kosten würde. Ich kann dafür aber den gebrauchten Zylinder, wo noch die R80-Schrift drauf ist, ausbüchsen. Und kann dem Ganzen zwei große Kolben verpassen, ab 1070 Kubik. Wieder andere Sachen. Kauf dir einfach den 7 Rocksatz mit 1070 Kubik. Da habe ich dann lange Bläuel dabei. Nockenwelle dabei. Zahl ... Das Zweieinhalbfache. Für Sachen, die ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt haben möchte. Es gibt Leute, die brauchen das. Also das ist mal dahingestellt. Da kann man echt drüber diskutieren. Aber ich finde, dass man die Bläuel ... Das ist meine persönliche Meinung. Dass man die nicht braucht. Deshalb geben wir diesen Weg mit dem Ausbüchsen. Das sind Stahlbüchsen. Die nehmen auch viel Geräusch weg. Der Motor ist viel ruhiger. Und die Kolben sind wesentlich länger als die Performance-Marlets-Kolben. Und da haben wir auch das Kippen weg. Deshalb ... ... geben wir diesen Weg. Egal was geschrieben ist und wo auch immer das immer steht ... ... in welchem Forum ... ... einen 1070-maler Zylindersatz vom Jochen zu kaufen ... ... und auf ... ... und einfach Originalköpfe zu nehmen ... ... ist ... ... Blödsinn. Wenn man dann sowas macht ... ... dann kommt man wirklich an die 80 PS ran. Die Frage ist halt ... ... wo ist das Ende hier? Rolling Chassis 16.000. Motor 8.000. Und dann will man noch ein wenig Optik haben ... ... dann sind 35.000 weg für ein Motorrad. Ich weiß nicht. Es gibt Leute, die leisten sich das ... ... und es gibt Leute, die können sich das leisten. Aber es ist nicht immer so, dass man es machen muss. Wenn ich da 2016, 2017 ... ... mal Zeiten auf der Bacher Deutschland anschaue ... ... mit einem Original-Tausender-Motor mit 67 PS ... ... dann sieht man, dass es auch so geht. Ich will denen immer was verkaufen. Jo. Okay. Was euch aufgefallen ist ... ... wir haben beide Seiten geplant. Das ist geplant, dass die Kipphebelböcke ... ... wieder sauber sitzen. Hier ist die Dichtfläche geplant. Da muss man auch schön aufpassen. Wir arbeiten ganz oft mit Aluminiumdichtungen ... ... damit ... ... dann ... ... die Wärme ... ... vom Zylinderkopf ... ... auch in den Zylinder abgeben wird. Und damit auch ... ... eine höhere Kühlwirkung erzielt wird. Jo. Das will ich noch dazu sagen. Dann ... ... diese Zylinderköpfe ... ... lassen wir bei der Firma R-Expresser Motoren machen. Und da ist es so ... ... dass wir uns die Ventilführungen reinmachen ... ... Ventilsitze und die Ventile. Ihr müsst immer ... ... daran denken ... ... die Wärme vom Auslassventil ... ... die wird nur ... ... über die Sitzfläche abgeben. Sonst kann das gar nicht kühl werden. Weil die ganze Zeit heißes Abgas vorbeiströmt. Deswegen muss das auch alles dichter anpassen. Was ... ... beim Zylinderkopf noch auch ... ... was zum Nachdenken ist ... ... ich hab mal im Spann so riesengroße ... ... Muttern ... ... für die Krümmer. Das sind die alten Strich 6, Strich 7. Und die sind halt riesig ... ... die machen halt eine unheimliche Kühlwirkung. Und das ist was ... ... das hab ich halt von so einem alten Hasen gesagt gekriegt. Und hab das auch sofort umgesetzt. Weil ... ... je kühler der Zylinder ist ... ... umso besser ... ... und so kühler ist die Verbrennung ... ... umso besser funktioniert das. So. Wenn euch das Video gefallen hat ... ... liked uns in Instagram, Facebook, TikTok ... ... oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Schreibt mal Kommentare ... ... wenn ihr irgendwas wissen wollt ... ... oder irgendwas scheiße findet ... ... was wir machen ... ... oder irgendwas gut findet. Wäre auch schön. Schreibt es drunter. Wir reagieren drauf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Euer Manuel Schad von SUD Sports. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich danke euch.